Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Ben und heute gibt es Typ Nummer 1... ...ZWEILD! Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich Willkommen, mein Name ist Hanni Merten und heute präsentiere ich Ihnen die Tür nochmal zu offen und jetzt geht es auch wieder los. Ja, wir haben heute Tür 12 und ich bin alleine, weil wir haben heute auch wenig Zeit, deswegen mache ich es jetzt schon ganz schnell auf die schnelle Tür 12 und den 12. Den 12 habe ich hier oben nämlich schon gesehen, ja der ist hier oben, nehme ich einfach jetzt hier einfach so runter und da ist auch schon Nummer 12. Die Spielregeln kennen wir ja mittlerweile alle, wie waren sie denn? Das Codewort, was ich euch hier irgendwo im Laufe des Videos zeige, merken bei Instagram einfach unter dem letzten Post posten. Zwei Freunde markieren, so offen wie es geht, dass ich euch sehe und dann mit ein bisschen Glück könnt ihr Tür Nummer 12 gewinnen. Und so war es ja jetzt auch bei den ganz, bei den, bei allen. Ja, war Ben, so war es bei allen. Und ja, ich packe jetzt einfach mal Tür 12 aus und bin gespannt, was dort drin ist. Ohhhh, also mit Schleich habe ich es ja echt, da habe ich echt die Griffen hier, ey. Ich habe wieder, diesmal für die, für dich zum Beispiel, guck mal, das ist sowas für dich, oder Ben? Hier, sowas? Von Schleich? Schaut euch das mal an. Ein, äh, ja, boah, wie nennt man denn sowas? Damit kannst du durch die Wildnis fahren, also die Jungs da draußen, für die Mädels, äh, doch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wir werden natürlich so schnell wie möglich die Dinger noch abschicken, dass es auch noch vor Weihnachten vielleicht ankommt. Nein, nein, nicht die Kamera wegnehmen. Ja, mit ein bisschen Glück gehört es dir. Macht mit, viel Spaß, frohe Weihnachten und einen tollen Donnerstagabend.